so was ist das da hinten second general oh god das willn lights them okay schon wieder kein drop okay ich kann die locken des interessiert die florinette so dann einmal hier durchmetzeln dann schauen dass man da in die richtung oder ja genau da so rechts hoch dann ja jetzt auf einmal wieder getriggert super keine von beiden getroffen muss ich aber doch jetzt was wegschmeißen den holzbalken brauche ich nicht aber die pistole schön brauche ich mir den ich für 200.000 selber besorgen doch wieder doof weg und weg kein drop da ist wieder ein drop also vier noch nicht in die roten rein laufen roten sind böse der ist auch böse weil der jeden netz trifft doch nicht gut ausruhen tut 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 super ja noch besser ich kann doch jetzt bald nix mehr wegschmeißen das will ich aber jetzt noch nicht aufmachen bin gerade zu sehr beschäftigt hier die quest abzuschließen dreimal flower noch einmal so bleibt ihr ja weg ihr zwei gut einmal noch und dann kann ich darauf gehen war klar jawohl passt super sind die anderen booster natürlich auch ausgelaufen okay passt falsch hier das weg komm ich da durch da sind so viele da sind so viele verdammt ich muss ja irgendwie da rauf in die richtung oh gott da sind zu viele da muss ich mich an der seite irgendwie durch kämpfen also irgendwie da rum oh ne das sind roten auch noch ach du heiliger das überlebe ich nicht wenn ich jetzt dann kamikaze ding mach da ja die kriegt mich ja hallo gut dann kann ich mich da herstellen und dich zermetzeln mit allem was ich habe einfach nur drauf halten ja gut ja so klar das ist jetzt was es sind pilzraten und das sind die am kristallraten oder was super toll sind die noch stärker als die anderen wahrscheinlich ok da ist die zweite generation was kann denn die generation natürlich auch fernkampf so was sagt die zweite generation zu xp nicht unbedingt mehr als die andere also nicht viel mehr sind ja bloß 200 xp mehr oh gott was ist denn da hinten das schaut nach pilz aus das ist kein stein alter es sind ja richtige mutanten mittlerweile dabei es ist dann kraft 2 namen erfinden können wir aber echte stone twint 2 soll ich doch die können das schreit nach einem besuch im dorf mist ist es jetzt gar nicht gut habe ich da genügend ich werde mich jetzt doch mit dem einfach durchmetzeln hallo der hält auf jeden fall viel aus noch kurz regenerieren nein 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 jetzt aber kurz regenerieren die du siehst nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht doch der sieht mich brauche dass nur 16 davon kurz pause mich würde interessieren welche ich doch hier cell kauft es ist dann kraft zwei oder keine ahnung jetzt mal hier hallo hier weiter wenn man schnell in den lud dann geht es hierbei ja ich wollte gerade sagen immer schön ein nachher und dann hat er sehr gut geklappt da sind zumindest zum glück langsame und schlechte angreiser zum glück die munition reicht auf jeden fall und ich hab da wo ist jetzt es finde ich das nicht 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 nicht